Wir sind ein Haus, das mit großem Engagement, großer Leidenschaft in unserem täglichen Geschäft unterwegs ist. Hier treffen Sie am Golfsport Profis, die mit großer Leidenschaft trainiert haben und ihr alles geben, was sie haben, mit sehr viel Akribie, mit sehr viel Einsatz und Begeisterung. Ich finde, das passt unheimlich gut. Zudem haben wir natürlich sehr viele Kunden, die leidenschaftlich gerne Golf spielen. Und das ist ein Punkt, wir sind immer da, wo unsere Kunden sind, was unsere Kunden interessiert. Wir machen ja mehr wie Bankgeschäft und deswegen haben wir gesagt, Golf ist genau das Wichtige und ist natürlich ein Turnier, wo sich die Welt trifft. Das entwickelt sich sehr gut und ich denke auch, dass es für Donner und Reuschel eine gute Plattform ist, einfach letztendlich ihre Kunden zu intensivieren und hier Kundenpflege zu betreiben und vor allen Dingen die Marke stark zu machen. Wir werden letztendlich in 35 Ländern weltweit übertragen und erreichen viele Menschen und ich denke, das passt ganz gut. Und dann hätte ich die Tourkarte schon sicher gehabt und würde mich jetzt auf Race to Dubai konzentrieren. Das an den besonderen Karts. Wenn man das ein bisschen dünn trifft, das 1 in 3, dann stürzt es halt ab ins Wasser. Man muss wirklich viel Carry länger haben. Masster gibt es so viele Leute. Vielen Dank.